hey leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal nicht so wie sonst ich bin schon direkt im insta drinnen und wieso das verrate ich euch auch jetzt ich habe ja mal in dem video glaube ich mal früher gesagt dass eigentlich sehr oft, oh scheiße hier ist das umgefallen, sehr oft videos kommen aber habe es ja nicht gehalten und warum auch immer nur pixel dann so ein scheiß kommt ist halt, irgendein video will ich ja immer hochladen aber das ist halt das einzige spiel wo ich gerade noch so auf mein handy spiegeln kann, weil mein handy ist irgendwie kaputt, ich kann mir irgendwie keine apps mehr installieren oder aktualisieren, weil fortnite habe ich, wartet, fortnite, hier fortnite, aber ich kann es nicht aktualisieren weil es was kostet, ich check mich warum, nichts geht mehr und pixel dann muss ich zwar auch aktualisieren, aber ich kann es ohne aktualisieren zocken, ich kann euch jetzt einfach und, das ist halt das problem wenn kein video mehr kommt, ich kann euch einfach mal bei fortnite zeigen was da kommt, hier ganz normal wie man auf dem handy halt reingeht in fortnite, dann hier installieren und dann, hier vorhin wird ein update benötigt, aktualisieren, epic games aktualisieren, warte kurz, dann kommt das hier, ich gehe jetzt nicht weiter runter weil da steht meine adresse und dann kommt da halt auf weiter mache ich ganz normal dann kann ich zwar hier auf kreditkarte gehen, aber ja ist halt, ich habe es auch schon versucht mit kreditkarte geht alles nicht und ja Leute ist das problem warum keine videos mehr kommen, ja kurz in insta und deswegen folgt mir auf insta und ich sage einfach mal ciao und entschuldige mich